weil heutzutage führt ja auch wirklich jeder kleine Streit sofort zum Aus also was man so mitkriegt das ist unfassbar Leute das sind solche Sachen da denkst du gar nicht hin das gibt tatsächlich Leute die streiten sich aufs derbste wer denn morgen einkaufen geht oder wer die Wohnung sauber macht Alter Leute weißt du wie das ist einer putzt das Bad und einer die Küche zum Beispiel und geht doch einfach mal gemeinsam einkaufen Mensch das geht A viel schneller B kann man sich strukturieren und C kann man sich aufeinander abstimmen vielleicht noch im Laden absprechen was essen wir denn morgen Schatz weißt du sowas und nicht jetzt hier vorher irgendwie Einkaufszettel schreiben und am Ende das ist ja gleich das nächste auch schon sehr oft gehört Frauen wollen irgendwas die Männer gehen einkaufen da war die Spitzhacke kaputt Frauen wünschen sich irgendwas Männer gehen einkaufen und erlauben sich das Falsche mitzubringen was denkst du was da los ist ich möchte ich möchte jetzt nicht alle über den Kamm scheren und ich möchte jetzt auch kein Männer gegen Frauenkrieg oder sowas anfechten aber es gibt es tatsächlich ist ja auch andersrum so Frau will irgendwas und Mann bringt das Falsche mit äh andersrum gerade andersrum wollte ich sagen weil das andere Beispiel hatten wir ja gerade äh also sprich jetzt Mann will was haben und Frau bringt das Falsche mit Alter 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 das geht gar nicht wie könnt ihr nur wie könnt ihr nur eurer Frau das Falsche mitbringen oder wie könnt ihr nur uns Männern das Falsche mitbringen das geht gar nicht solche Sachen das gibt es tatsächlich ja und es gibt tatsächlich schon gescheiterte Ehen wegen Einkaufen ohne Mist alles schon gehört ja und solche Kleinkriege solche Kleinkriege immer boah weißt du ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus den Nähkästen meine Großeltern die streiten sich das geht dort jeden Tag da ist manchmal gar keine richtige Ruhe drin man denkt immer mein Gott die sticheln sich wegen jeder Kleinigkeit das ist aber bei denen so das ist aber bei denen so und das erlebe ich schon seit ja also aktiv erlebe ich das ungefähr seit 10 Jahren so das sind auch noch nicht die Ältesten weißt die sind beide noch so ein bisschen beschäftigt gehen auch teilweise noch ein bisschen arbeiten äh Teilzeit und so und Nebenverdienst bla bla aber Alter ja aber die sind glücklich die fahren im Jahr 5 mal in Urlaub ja sind dann einfach nur selig ja und dann sind die daheim und ach das ist unglaublich das ist so unglaublich immer immer grundsätzlich grundsätzlich ist so und das sind Sachen da denkst du nicht hin da denkst du nicht hin das ist so unglaublich da denkst du gar nicht hin warum bist du vor uns nicht ans Telefon gegangen wo es geklingelt hat habe ich nicht gehört Musik zu laut oder solche Sachen und dann fangen die sich dort an das ist ich will jetzt nicht alles erzählen aber es ist das gibt's und die sind trotzdem glücklich die denken nicht über Scheidung und so ein Scheiß nach mein Gott die Leute sind über 40 Jahre verheiratet oder so weißt du ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf aber ungefähr ja doch wird fast hinkommen 40 Jahre oder so ja ich mein mein Gott das passiert bei solchen Generationen einfach nicht mehr weißt du die Leute die jetzt so 30 40 sind vielleicht 10 Jahre verheiratet sind da geht öfters nochmal nochmal was den Bach runter als in der Generation jetzt von Oma und Opa na ich sag's mal so und das können Generationen sein heutzutage reden wir da von Großeltern können im Schnitt tatsächlich ja zwischen 40 und 90 Jahre alt sein so ungefähr plus minus und ja da kann das echt schon mal passieren dass die sich klar dass die sich mal streiten das ist aber so die sind damit groß geworden und die leben damit und die kommen miteinander aus weil die schon eben so und so viele Jahre miteinander leben und sich gegenseitig einfach kennen und vielleicht auch wissen wie es gemeint ist manchmal steckt vielleicht auch ein bisschen Jux und Kleberei dahinter weißt du aber für Außenstehende da klingt das manchmal so heftig und du denkst dir alter was los was ist denn los wie Hund und Katze ah das nervt mich hier gerade das nervt mich gerade das lief vor uns echt mal flüssig aber jetzt für den Arsch für den Arsch hier immer das 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 nervt mich dass immer diese Fails mein Gott mach jetzt einfach mal wild drauf los hier scheiß da drauf hauptsächlich kriegt hier irgendwann mal die Erde voll und kann dann mich mal wieder anderen Sachen widmen weil A wollte ich nicht so viele Folgen machen und B bis da ja das übliche Döns ich hab ja eigentlich noch was vor ne eigentlich hab ich nichts vor aber es kann sein dass hier im Moment klingelt weil es gibt tatsächlich Leute die melden sich mal an ich werde heute vielleicht mal vorbeikommen ich rede jetzt nicht von meiner Freundin sondern von irgendwelchen anderen Kumpels oder Freundinnen bekannte Kumpelinen in dem Fall weil Freundin muss dir auch schon wieder aufpassen was du sagst ähm ja so war's halt und die schreiben dir dann nicht so binnen 10 Minuten da sondern die kommen einfach und klingeln ach und du bist dann immer hä wer kommt denn jetzt was ist denn nun los bist gerade mitten in der Aufnahme weißt du auf einmal brettert es an der Tür oh toll warte kurz okay ich hab jetzt gerade mal wieder gleich mal den Effekt gehabt jetzt guck ich auf mein Handy es kann ja ein Wunder geschehen sein und die hat tatsächlich gefragt oder gesagt dass in 10 Minuten da ist ist es aber nicht es ist einfach nichts weißt du denn jetzt klingelt es ich würde so lachen so jetzt muss ich ah warte mal kurz ich trinke mal schnell meinen Kaffee aus das war Eiskaffee jetzt gerade ja steht hier einfach schon mal eine halbe Stunde wir haben nicht mehr dran gedacht ah fail fail ja der Tag der Tag der zieht sich so durch das Labyrinth ich hab heute das Gefühl es gelingt mir nix der Kaffee allererste Sache der war richtig gut der war richtig gut und dann lass ich den hier kalt werden einfach weil sich dann die Geschmacksstoffe so entfleuchen ist das ob du Chlorwasser trinkst nicht dass ich wüsste wie das schmeckt aber irgendein Beispiel musste ich ja jetzt bringen Entschuldigung ich muss manchmal selber über meinen Scheiß lachen den ich ja so von mir gebe Alter das ist auch so schlimm geworden das ist auch so schlimm geworden ich bin ein verfluchter Zyniker ein Sarkast und ein Ironist ich hab das früher überhaupt nicht drauf gehabt heutzutage spreche ich das so fließend dass ich selber manchmal nicht mehr weiß was ich ja was ich jetzt gerade sage ob das stimmt oder nicht furchtbar auf Arbeit auch so schlimm auf Arbeit ist das auch so schlimm geworden die Kollegen fragen mich manchmal so war das jetzt dein Ernst ich sag eigentlich nicht eigentlich nicht weißt du dieses eigentlich das Wort eigentlich das Wort eigentlich gibt es eigentlich nicht das hat unser Fahrlehrer mal rausgehauen eigentlich ist eigentlich ein Unwort und vor allen Dingen das lustige ist dass du den Satz sagen kannst wie du willst und der hat zweierlei Möglichkeiten weil eigentlich ist eigentlich ein Unwort ja da schreibst du eigentlich am Anfang groß eigentlich ist eigentlich schreibst du wieder groß weil es geht diesmal um das Wort an sich und du kannst es aber auch anders machen eigentlich am Satzanfang groß weil es Satzanfang ist ist eigentlich und dann schreibst du es klein weil es diesmal die Beschreibung ist ein Unwort also es hat zweierlei Bedeutung eigentlich ist eigentlich ein Unwort ja verstehst du denk mal drüber nach so das schönste war sein eigener Sohn von meinem Fahrlehrer der war auch bei uns im Kurs und der hat gesagt bei einer Vorfahrtsfrage ja eigentlich würde ich das so und so machen und der Fahrlehrer natürlich und uneigentlich und das lustigste war er haut dann so raus uneigentlich eigentlich auch und alle am Lachen das ist das beste Moment sowas prägt sich ein auch wenn es schon wieder über acht Jahre her ist ja das waren noch Zeiten Golden Times of Life ach ja ok ciao